Hallo Freunde, ich grüße euch zu einem kurzen News-Video und ihr seht es auch schon hier im Bild, mögliche Abgänge diesen Sommer, zwei Stück an der Zahl und zwar hat unser Trainer Steffen Baumgart gestern bei Bild TV, es müsste gestern gewesen sein, bei Lage der Liga, das ist ja immer sonntags, ein Interview gegeben und da ging es halt eben um Zugänge, aber eben auch um Abgänge und laut Sportbild ist der FC bereit diesen Sommer noch, zehn Tage hat das Transferfenster ja jetzt noch offen, noch weitere Spieler abzugeben. Und Baumgart sagte, es ist nicht so, dass wir die Füße stillhalten, bis zum 31. August, also noch zehn Tage, geht es in beide Richtungen, wir haben bestimmt auch ein, zwei Spieler, die mit ihrer jetzigen Situation nicht zufrieden sind. Er hat jetzt natürlich keinen Namen genannt, aber man kann sich ja schon denken, wer damit gemeint ist, ein Spieler ist dann, wenn man so die Vorbereitung gesehen hat, etwas überraschend, ja deswegen mache ich jetzt auch dieses Video, also es gibt jetzt noch nichts Konkretes an Angeboten oder so, das ist eigentlich belanglos, aber ich dachte mir, ich schaue es dann trotzdem mal raus. Der eine ist Dimitrius Limnios und das ist ja ein Kandidat, der in der Vorbereitung ganz ordentlich performt hat und auch auf Einsatzzeiten gekommen ist. Er sagt ja selber noch vor zwei Wochen in einem Interview, ich meine, das war im Geißblock, das müsste im Rahmen des Trainingslagers gewesen sein, er wollte sich beim FC diese Saison durchsetzen. Und ja gut, Vorbereitung ist eben Vorbereitung und demnach schwer zu bewerten. Allerdings kam er auch in den ersten beiden Pflichtspielen, also Osnabrück und Dortmund, zu keinem Einsatzminuten und sollte darüber hinaus Ali Du tatsächlich endlich kommen, dann wird es noch schwieriger und das Ding ist, er hat ja nur noch Vertrag bis 2024, also ein Jahr, also wenn man noch sowas wie Ablöse generieren möchte, dann muss man ihn auch jetzt abgeben, ansonsten sitzt er wahrscheinlich ein Jahr jetzt auf der Bank oder Tribüne und kostet Gehalt, soweit es mir tut, das so hart sagen zu müssen. Der zweite Kandidat ist Christian Pedersen, also laut Bildinformationen und der kann den Verein den Vernehmen nach ebenfalls bei passendem Angebot verlassen. Bei ihm ist es ja die gleiche Situation wie bei Limnius, auch er hat nur noch Vertrag bis Sommer 2024 und bei Pedersen halte ich es noch für halbwegs realistisch, dass wir da einen Abnehmer finden, da er auch schon in England gespielt hat und demnach auch auf der Insel bekannt ist und es gab ja auch schon mal dieses Gerücht vor einigen Wochen rund um einen Wechsel zu Swansea City in die zweite englische Liga. Bei Limnius sehe ich das nicht, das halte ich für sehr unrealistisch, da einen Abnehmer zu finden, da ich mich frage, welcher Verein ihn holen sollte bei nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit. Bei Pedersen kommt einfach zum Tragen, dass er schon in England gespielt hat. Klar, wir haben natürlich Soldo schon abgegeben und Pedersen wäre der einzige Linksfuß, der theoretisch zumindest den linken Innenverteidiger spielen könnte. Allerdings sehe ich ihn eher in einer Dreierkette als linken Innenverteidiger und nicht in einer Viererkette, das also was wir ja spielen. Und wir sind da auch meiner Meinung nach sehr gut besetzt, weil wir ja auch nicht international spielen. Wir haben Hübers, Jabo, Kilian und notfalls auch gerne Baka Tukanda. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch schon diese Saison passiert, also wenn der Laden echt brennen sollte auf der Innenverteidigerposition. Und links haben wir natürlich Pakarada und auch Finkräbel, der ja jetzt sein Bundesliga-Debüt gegeben hat in Dortmund, an einen bombastischen Einstand geliefert hat, der diese Linksverteidigerposition im Zweifel auch, da bin ich überzeugt, sehr gut besetzen kann. Gut, das soll es für heute gewesen sein und da würde ich sagen, wir hören und sehen uns morgen. Bis neulich.